Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Rossmann Haul für dich und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich werde auch so ein bisschen was ausprobieren. Ich muss mal gucken, ob das hinhaut, denn ich habe mir das Da Vinci Schneideprogramm jetzt mal runtergeladen. Und da kann man auch irgendwie Bild in Bild machen und so weiter. Das heißt, ich werde die Produkte auch mit euch zusammen ausprobieren. Ich hoffe, dass es funktioniert. Falls es nicht funktioniert, seht ihr die Produkte und danach dann, wie es dann auf meinem Gesicht aussieht. Wir müssen mal schauen. Also, ich habe zweimal was bei Rossmann eingekauft, weil meine Rossmann Filiale ist in der Nähe von einer Ärztin von mir. Und da bin ich halt in der letzten Zeit zweimal gewesen. Plus, ich habe noch ein bisschen was von Purish zugeschickt bekommen von Revolution. Und da habe ich mir gedacht, Revolution gibt es ja bei Rossmann. Macht Sinn, dass ich das hiermit integriere. Und ja, also vieles von den Produkten werde ich jetzt ausprobieren, manches nicht. Ich starte einfach jetzt mal mit einem Produkt, was ich von Purish bekommen habe. Da bekommt ihr mit dem Code ClaudisWelt15 15% Rabatt auf super viele Marken. Und jetzt ist auch Revolution ganz neu eingezogen. Das heißt, auch auf die Produkte könnt ihr gut was sparen. Das ist ein Affiliate-Code. Das heißt, ich bekomme auch eine kleine Provision, wenn ihr durch mich auf den Online-Shop kommt. So. Und hier habe ich jetzt das Illuminate & Glow Illuminating Skin Perfecta Produkt in der Farbe Champagne. Und das ist ein Produkt, was man jetzt gerade im Sommer, man kann es natürlich auch im Gesicht verwenden, aber ich mag das gerne, hier zu verwenden und auf den Beinen und so, ne. Da bin ich jetzt mal super gespannt. Kommt hier in so einen Pumper. Man muss halt ein bisschen darauf achten. Es gibt unterschiedliche Farben, glaube ich, ne. Und dass man dann halt jetzt nichts nimmt, was zu dunkel oder zu hell für einen ist, weil ansonsten würde man das zu krass sehen. Und ja, aber so finde ich das auf jeden Fall eine ganz schöne Geschichte. In meinem Gesicht habe ich zwar schon Sonnenschutz aufgetragen, aber Rival de Loup hat eine neue Limited Edition und zwar Rival de Loup Meets Q10. Da habe ich mir hier das Perfection Elixier bestellt. Und das ist etwas, was Maxim Giacomo vorgestellt hat und die liebe Nathalie Nordbeauty hat es auch schon vorgestellt. Und das kam sehr gut dabei weg. So schaut die Verpackung aus. Das ist hier unten Glas, dann haben wir hier oben eine Pipette. Das Q10 Perfection Elixier dient mit seiner leichten Textur als optimale Make-up Base, die Unebenheiten ausgleicht und die Haltbarkeit des Make-ups verlängert. Poren werden optisch minimiert und Fältchen gemildert. Dank des Q10 Extracts wirkt die Haut perfektioniert und der Teint erscheint in einem natürlichen Glow. Ich hoffe, dass das auch funktioniert. Ja, ich habe hier eine Sonnencreme drauf, ne? Das ist über Sonnencreme auch funktioniert. Das ist so milchig und dickflüssig. Ich trage mir das aber nur auf einer Seite auf, weil auf der anderen Seite verwende ich einen anderen Primer, den ich auch gekauft habe. Also, es wirkt schon sehr silikonig und fast schon ölig auf der Haut, aber ich finde das vom Ergebnis her schon mal eine ganz gute Sache und es ist nicht so wie befürchtet, dass jetzt mein Lichtschutzfaktor dadurch vollkommen runtergeht. Ich habe aber noch nicht das Gefühl, dass es wirklich einzieht. Man muss ein bisschen vorsichtig sein bei solchen Produkten, weil die, ja, wenn du Öl als Primer drunter gibst, kann nicht jede Foundation damit funktionieren und nicht jede Haut. Das heißt, die Foundation lässt sich ja auch mit Ölprodukten lösen und da muss man halt einfach gucken, ob man das verträgt oder nicht. Ich werde es jetzt bei mir einfach herausfinden. Im Ausverkauf habe ich einiges aus der Rival Loves Me Boho Vibes Limited Edition gefunden, unter anderem für 1,99 Euro den Aqua Primer. Das ist dieser hier und der ist sehr klein. Ah, okay, der kommt mit so einem Applikator daher und der ist halt richtig grün. Wie interessant ist das denn? Der feuchtigkeitsspendende Aqua Primer mit Bambuswasser sorgt für einen besseren Halt des Make-ups und gibt der Haut einen zusätzlichen Feuchtigkeitsbooster. Sehr interessant, ne? Also so schaut das Ganze dann aufgetragen aus und das hat sich auch mit der Sonnencreme ganz gut verhalten. Fühlt sich tatsächlich in Relation, ne? Habe ich jetzt hier eine sehr, sehr kühle, angenehme Gesichtshälfte. Hier haben wir es etwas silikoniger. Auch wenn ich jetzt so drüber gehe, fühlt sich das sehr weich an. Während auf dieser Seite das Ganze auch weich ist, aber halt so gelig, ne? Da muss ich halt wirklich aufpassen, dass es kein Primer ist, der jetzt krümelt, weil das habe ich bei solchen Texturen leider öfters. In dem Revolution-Paket war auch noch ein Primer mit enthalten, den ich aber nicht verwenden werde, weil bei mir diese Pore-Blurring-Geschichten nicht wirklich funktionieren. Das ist nämlich der Revolution Pore Blur Prime... Nein, Pore... Nein, Blö... Blö... Was? Blö in Prime Primer. Der heißt so und schaut so aus. Revolution ist vegan und cruelty-free, beziehungsweise auf jeden Fall cruelty-free. Vegan sind, ich würde sagen, auch die meisten Produkte. Und das ist ein Produkt, der einfach die Poren minimieren soll, optisch. Ja, wird aber demnächst verlost werden? Ich weiß nicht. Vielleicht mache ich sogar in diesem Video eine Verlosung. Ja, komm. Ich mache in diesem Video eine Verlosung, alles was du dafür tun musst, um ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket. Unter anderem sind dann die Produkte enthalten, die ich dir jetzt auch zeigen werde. Und das dazu sagen werde. Also der Primer, dann habe ich hier gleich noch was. Noch was, noch was? Nee. Das sind dann die beiden Sachen. Und dann noch plus ein paar andere Sachen. Steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. So, dann war auch im Ausverkauf von Catrice der Tinted Moisturizer mit Lichtschutzfaktor 20 für 3,50 Euro. Und den habe ich hier in der Farbe C01 Light. Das ist dieser hier. Der sieht auch nicht ganz so nice mehr von der Tube her aus. Ein bisschen abgekrabbelt. Aber ich habe mir gedacht, komm, das wird schon hinhauen. Sieht nicht verkehrt aus. Hat aber so einen leichten Peach-Stich. Da muss ich schauen, ob das für mich funktioniert. Leicht ist gut. Schon richtig derben Peach-Stich. Das ist aus der Sunclusive Limited Edition gewesen. Okay. Ja, es ist einfach eine getönte Feuchtigkeitscreme und hier steht jetzt gar nicht mehr so viel dazu drauf. Ich muss sagen, dass sie schon eine ganz, 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 ganz leichte Deckkraft gegeben hat. Es ist wirklich wie eine getönte Tagescreme plus ein Mühmeer. Also ich finde das Ergebnis ganz schön. Es ist alltagstauglich. Ich würde aber, wenn ich mich wirklich schminken würde, mehr auflegen. Das wäre mir tatsächlich zu wenig. Aber für den Alltag finde ich es in Ordnung. Es hat keine Rötung wirklich abgedeckt. Es hat einfach nur so ein bisschen angeebnelt. Und Lichtschutzfaktor 20 ist auch ein bisschen wenig, aber es ist okay. Etwas, was ich mir tatsächlich auch noch gekauft habe, war hier von SodaStream. Weil man, also wir haben ja einen SodaStream mit meinem Freund. Er mag gern sowas mit Energy. Koffein Inosit. Keine Ahnung. Das ist einfach ein... Das war, glaube ich, gerade sogar im Angebot. Das ist so ein Sirup. Und das kann man dann in seinen SodaStream Wasser mit reinmachen. Dann habe ich noch ein bisschen was gekauft aus dieser Essence Mini Limited Edition. Das ist Mini But Powerful. So, das sind diese Seifen-Soap-Paper-Sheets. Die fand ich ganz cool jetzt so für die Handtasche, dass wenn man zwischendurch wirklich irgendwo unterwegs ist und keine Möglichkeit hat, sich die Hände zu waschen, also dass man keine Seife oder so dabei hat. Ich habe meistens Wasser dabei und dann nehme ich mir einfach einen Schluck Wasser aus der Flasche und mache mir damit die Hände sauber. Und jetzt kann ich da auch noch so einen weißen, weißen Seifen-Ding mit dabei tun. Und das ist halt, sobald du es in die Hände gibst und dann ein bisschen feucht machst, wird es dann halt so richtig schön emulgiert und dann kannst du da mit dir die Hände sauber machen zwischendurch. Fand ich ganz cool. Dann habe ich auch noch ein paar Karten mitgenommen. Das sind diese typischen Karten, die 50 Cent kosten. Und die habe ich dann entweder, wenn ich Verlosungspakete packe oder wenn ich einfach mal Geburtstagskarten schreibe oder wenn ich Tauschpakete mache oder so. Und die finde ich ganz schön. Mag ich gerne leiden. Außerdem habe ich mir auch noch aus der Riva Loves Me Happiness Limited Edition, glaube ich, die Make-Up Darkening Drops mitgenommen. Denn jetzt im Sommer hin sind einige Foundations von mir einfach ein bisschen zu hell und dann kann ich die damit abdunkeln, damit ich die halt auch noch in ihrer Benutzungsdauerzeit irgendwie mitverwenden kann. Das fand ich eigentlich ganz gut von der Idee her. Und ja, deswegen wollte ich das mal ausprobieren. Dann hat es Sally Hansen aus Verkauf. Ich glaube 40% bei uns. Mega krass. Colour Therapy. Da habe ich mit Argan Oil Formula die Farbe 402 Plum Euphoria. Und das ist halt ein Lila-Ton, der so changiert, der so richtig schön holographisch ist. Und ich mag sowas ja, ne? Ich mag bunte Nägel. Und das ist ein ganz, ganz schöner Ton. Meine Herren, da hast du so bläuliche und pinkfarbene Schimmerpigmente mit drin. Und vom Grundton ist es Lila voll meins. Ich lieb's. Dann habe ich noch aus der, äh, aus welcher Limited Edition war das denn? Genau, aus dieser Vintage Peach. Da hatte Essence auch noch einen Nagellack mit rausgebracht. Das hier ist jetzt die Farbe 33. Wild White Ways. Das ist einfach so ein Weiß. Und ich mag gerne weiße Lacke. Ich glaube, ich habe noch einen von Essie. Der aber sich relativ löst. Und das mag ich nicht so gerne. Wollte ich mal dagegen antreten lassen, dass ich gucke, ob das alles so funktioniert. Dann habe ich mir, weil ich auch ein Fullface Maybelline plane, ähm, ein Puder mitgenommen. Die Theke war ein bisschen komisch durchleuchtet. Das war echt unangenehm. Ähm, ich musste mich immer wieder wegdrehen und habe mir dann irgendwie ein Fenster gesucht. Und gefühlt habe ich, also ich habe mich gefühlt, als wäre ich bekloppt, ne? Weil ich die ganze Zeit versucht habe zu entdecken, welche Farbe dieses Puder hat. Egal. Das hier ist, äh, von Maybelline das Superstay Full Coverage. Ähm, hält bis zu 16 Stunden eine Puderfoundation in der Farbe 20 Beige Eclat. Und ich finde die überhaupt nicht beige. Die hat so einen richtigen Peach-Unterton. Also sehr kühl, was für mich persönlich sehr, sehr passend ist. Weil ich halt auch eher einen neutralen oder kühlen Unterton in meiner Haut habe. Deswegen fand ich das ganz praktisch. Und deswegen durfte das mit. Und dann habe ich mir auch noch ein Blush mitgenommen. Und das ist von Maybelline Fit Me. Die Farbe 25 Pink. Und, ja, auch der musste einfach mal mitkommen, weil ich keinen Blush von Maybelline habe. Und wie gesagt, das Full Face plane. Jo. Ähm, zu den Manhattan-Produkten kommen wir gleich. Denn erst muss ich jetzt mal ein bisschen Concealer auftragen. Das mache ich mit dem, den ich aber hier habe. Ich habe nämlich keinen neuen gekauft. Nämlich einfach meinen Nivea, ne? Den hier. Der ist auch sehr, sehr leicht von der Deckkraft her. Der deckt halt auch wirklich nicht unbedingt ab. Das ist halt mein Alltagskoncealer. Aber, ja, den habe ich jetzt einfach genommen. Und jetzt habe ich ein Produkt, was ich sehr spektakulär finde. Denn Nathalie Nordbeauty hat davon enorm geschwärmt. Und da muss es heftig sein. Von Rivol de Loup Meets Q10 Under Eye Powder. Ich habe mir davon insgesamt vier Stück gekauft, Nathalie und du bist schuld. Und das wird jetzt ausprobiert, weil sie hat es so hardcore gelobt. Das hat hier so ein Aufdrehvieh. Und dann hat man auf der unteren Seite die Löcher. Und kann sich das damit dann in den Deckel reingeben. Fühlt sich angenehm an. Sehr weich. Das mit Q10 angereicherte Under Eye Powder lässt die Haut glatter wirken und fixiert das Make-up, ohne sich abzusetzen. Für einen strahlenden Blick. Also ich finde in erster Linie, dass es erstmal sehr weiß aussieht. Aber ich muss natürlich jetzt noch den Rest von meinem Gesicht abpudern, um einfach mal so einen Vergleich zu sehen. Und auch mit einem großen Fluffel dann den Rest des Puders wegfegen zu können. Dafür verwende ich einen Pinsel, den ich auch gekauft habe, weil die Real Techniques Sachen waren irgendwie so stark reduziert. Wild at Heart ist da die Limited Edition. In der Nummer 415 habe ich diesen Pinsel. Und der sieht wunderschön aus. Oh mein Gott, sieht der wunderschön aus. Ich nehme jetzt erstmal den Rest von dem Puder, was noch hier in der Kappe drin ist, um nicht zu verschwenden. Und dann habe ich aus der Catrice Limited Edition diesen Oschi-Pinsel. Theoretisch kann ich doch damit jetzt nochmal einfach übers ganze Gesicht gehen. Das ist schon sehr grobmotorisch hier. Den verwenden wir aber gleich noch für den Bronzer. Ich finde trotzdem, dass das Puder unter den Augen sehr, sehr hell aussieht. Muss ich mich noch ein bisschen mit eingrooven, glaube ich. Ich habe außerdem diese Bronze Away 2 von Catrice Limited Edition geschockt. Da habe ich hier einmal die Costa Rica Baked Bronzing and Highlighting Palette. Besteht aus einem, ja, satinierten Bronzer und drei Highlighter-Tönen. Wobei ich den einen sehr dunklen Highlighter doch eher als Bronzer-Topper nehmen würde. Die anderen beiden Highlighter kann ich aber auf jeden Fall als Highlighter gebrauchen. Ja, also wie wir jetzt so sehen können, ist es ziemlich schwierig, erst mal mit diesem fetten Oschi-Pinsel zu arbeiten. Also da weiß ich noch nicht. Vielleicht als Body-Highlighter-Pinsel oder so. Aber als Bronzer-Pinsel ist er doch ein bisschen zu eskalativ unterwegs. Der Bronzer-Ton ist mir tatsächlich auch ein bisschen zu rotstichig im Gesicht, finde ich. Und ja, deswegen, das ist ein bisschen schwierig, den dann aufzutragen. Vielleicht muss ich da wirklich einfach mit einem richtig fluffigen Pinsel mitarbeiten. Und dieser Ton, dieser richtig goldene Ton, ist jetzt auch nicht unbedingt dazu geeignet, um ihn als Bronzer-Topper zu verwenden. Weil dafür hat er einfach viel zu viel Schimmer-Pigmente. Wohingegen aber dieser Highlighter-Ton knallt wie sonst was. Also das muss ich wirklich sagen, der Wahnsinn. Also ich meine, gut, Catrice kann Highlighter, ne? Richtig hardcore. Gefällt mir wirklich gut. Auch Ivald Meets Q10 hat eine Facepalette rausgebracht. Das ist diese hier. Die Facepalette mit ausgewähltem Q10-Extrakt sorgt für einen außergewöhnlichen Glow auf ihrer Haut. Die vier harmonisch aufeinander abgestimmten Highlighter in zarten Pudertexturen lassen sich mühelos auftragen und können einzeln aufgetragen oder miteinander verblendet werden. In der Palette haben wir drei Highlighter-Töne und einen Bronzer-Ton. Wobei die beiden Highlighter sich sehr, sehr ähnlich sehen. Und dieser Highlighter-Ton eher ins Goldene geht. Und ja, gucken wir mal, wie die so im Swatch aussehen. Huch. Ja, der Bronzer ist sehr, sehr dezent und die Highlighter wirken sehr intensiv auf der Hand. Und aufgetragen ist das Ganze sehr subtil, wobei der Highlighter doch schon ganz schön strahlt. Dadurch, dass ich ja auch zwei übereinander geschichtet habe, macht das auch durchaus Sinn. Ich finde, dass der Bronzer hier sehr natürlich und sehr angenehmer aussieht als auf der Catrice-Seite. Ich habe natürlich mein Pickel gehighlighted, läuft bei ihm, ne? Also ja, ich glaube, wenn ich mich bei beiden Paletten entscheiden müsste, würde ich mir die hier auch eher nehmen. Also auch so vom Finish her und so, das ist eher so meins. Ganz schön viele Highlighter wurden rausgebracht. In der Boho Vibes Limited Edition habe ich auch noch diesen Gedönsen hier für 2,49 Euro im Sale gekauft. Baked Rouge and Highlighter, das ist so ein Doppelprodukt. Entweder einzeln als Rouge oder Highlighter anwenden oder den Highlighter mit dem Rouge mischen, um die Farbintensität zu bestimmen. Für einen gesunden, gesund aussehenden und strahlenden Tint. Tipp, das 2 in 1 Baked Rouge and Highlighter Puder eignet sich auch hervorragend für das Augen-Make-up. Ja gut, das kannst du ja mit allen Base-Produkten theoretisch machen. Und das hat Maxim auch gezeigt und das fand ich sehr ansprechend. Sieht echt schön aus. Ich werde aber jetzt nur den Blush-Lighter, ist es ja in dem Sinne, verwenden, weil ich gleich noch einen Highlighter für meine Nase habe. Wow, das ist mal intensiv. Na gut, der Highlighter wirkt aber sehr dezent. Also das kann man vielleicht sogar wirklich mixen. Aber der Blush wirkt sehr krass. Aufgetragen sieht das Ganze wirklich sehr glowy aus, wobei der Blush wirklich echt subtil rüberkommt in Relation zu dem Swatch. Das finde ich richtig heftig. Mir gefällt es aber an und für sich ganz gut, weil es ist kein wirklicher Glitzer, sondern es ist halt mehr ein Glow. Also das sieht schon sehr nass aus und in der Theorie gefällt es mir auch irgendwie. Ja, muss ich mal gucken. Es ist ja zur Zeit auch in mit diesen Blush-Lightern. Noch ein Highlighter habe ich und zwar von Essence aus der Winton Beach Limited Edition. Das ist dieser hier. Sun Sand Me and Vitamin C. Der gebackene Highlighter mit Vitamin C und pflegendem Macadamia-Öl sorgt für einen goldenen Glow. Mal gucken, was meine Nase dazu sagt. Ist okay soweit. Also auch vom Swatch hier ergibt es, wenn man das vermischt, wirklich eine schöne Farbe und kann was werden, ist aber eher ein leichter Highlighter. Man sieht den hier jetzt auch kaum auf dem Handrücken. Meine Augenbrauen habe ich jetzt kurz auf Kamera mal so ein bisschen nachgestaltet, um wieder so ein bisschen Form auch im Gesicht zu haben. Mein Burning Look im Gesicht passt übrigens optimal zu meinem Rücken, denn ich war gestern im Garten. War nicht die beste Idee meines Lebens. Ich habe Lichtschutzfaktor 50 Plus aufgetragen, aber ich habe vergessen, dass ich dann ab und an vielleicht auch mal schwitze. Der ist halt verschwunden irgendwann, ne? Dann ist der Lichtschutzfaktor aufgebraucht und dann sollte man theoretisch nachlegen. Habe ich vergessen. Naja, ich habe zwei neue Limited Edition Paletten hier mir von Catrice und von Essence geholt, die sehr, sehr ähnlich aussehen. Deswegen mache ich einen Look auf diesem Auge, einen Look auf diesem Auge und dann schauen wir mal. Ne, ich bin gespannt. Hier habe ich einmal die Essence Vintage Beach Palette. Die sieht sehr hell aus, sehr sommerlich, hat einen Pop of Color und auch diese gebackenen Marble Lidschatten. Da haben wir leider keinen Spiegel drin, aber in der Catrice Palette befindet sich ein Spiegel. Und da haben wir eine ziemlich ähnliche Pop of Color. Wir haben zwar keine Marble Lidschatten, aber das ist von der Color Story her schon recht ähnlich. Hier haben wir die Catrice Swatches und hier haben wir die Essence Swatches. Und ich habe versucht, das mal so nebeneinander zu setzen, wie es halbwegs passen könnte. Manche sind natürlich total unterschiedlich, aber ich würde fast schon sagen, dass man eigentlich nur eine von den beiden Paletten braucht. Die Pigmentierung von der Essence Palette ist relativ mau, aber interessante Töne sind trotzdem mit dabei. Ich habe mir übrigens auch so ein zweier Set von den Real Techniques Pinseln gekauft. Und ich glaube, die werde ich jetzt auch beide verwenden und dann immer wieder in meinem Handtuch sauber machen, um halt auch wirklich die gleichen Pinsel zu verwenden. Definitiv lässt sich mit beiden Paletten ein sehr, sehr ähnlicher Look schminken, wie wir jetzt ja auch sehen können. Wir sind relativ langweilig gestartet und haben auf der Catrice Seite natürlich den Setting Ton genommen, der sich ganz unten rechts in der Palette befindet und haben damit einfach das Augenlid gesettet. Genau das gleiche haben wir dann natürlich auch auf der Essence Seite gemacht. Auch unten rechts befindet sich ein Setting Ton. Und ja, das ist ein bisschen merkwürdig, denn hier oben ist fast genau der gleiche Ton nochmal. Naja, muss nicht unbedingt sein. Ich bin zuallererst auf der Catrice Seite in diesen, ja, senffarbenen Ton reingegangen, der sich oben links befindet. Der hat eine ordentliche Pigmentierung, aber ich musste schon ein bisschen mehr blenden, um da auch einen schönen, ja, Übergang hinzubekommen. Bei der Essence Seite habe ich ebenfalls den Ton genommen, der sich oben links in der Palette befindet. Der war sehr, sehr mau, also den musste ich schon ordentlich aufbauen, um dann ordentliches Pigment mit zu erzeugen. Danach habe ich dann bei der Catrice Seite den Ton genommen, der sich oben rechts befindet. Das ist so ein, ja, etwas aschigeres Bräun, Bräun, Braun. Und damit habe ich dann die Lidfalte verdunkelt, um da auch noch ein bisschen mehr Tiefe zu schaffen. Das hat ganz gut funktioniert und ging echt leicht. Bei der Catrice, ach Quatsch, bei der Essence Seite habe ich mir dann den Ton genommen, der sich unten links befindet und das ebenfalls gemacht. Auch das hat schön funktioniert, war aber nicht so farbintensiv wie auf der Catrice Seite. Als Schimmerton habe ich mir den Ton aufgegeben von der Catrice Palette, der sich in der obersten Reihe in der Mitte befindet. Der ist etwas dunkler tatsächlich, aber hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, hat sich schön auf dem Auge gemacht und auch einen schönen Schimmereffekt gegeben. Der Ton fühlt sich auch leicht cremig an und bei der Essence Seite habe ich mir diesen Ton hier genommen, der sich in der mittleren Reihe ganz weit außen links befindet und der ist deutlich heller, macht aber auch ein sehr schönes Ergebnis. Um meinen Innenwinkel zu highlighten, habe ich bei der Catrice Palette in der mittleren Reihe den linkesten Ton genommen, nein, den linken Ton. Das hat ganz gut funktioniert, hätte aber für meinen Geschmack etwas heller sein können. Bei der Essence Palette gab es leider keinen Ton, den ich verwenden konnte, weil alle Töne, die in der Palette drin sind, zu dunkel gewesen wären, um ein Inner Corner Highlight zu setzen. Deswegen habe ich ganz einfach auf den Highlighter zurückgegriffen, der ja auch in der Limited Edition drin war. Der ist nicht ganz so extrem schimmernd, aber er ist trotzdem schön. Für meinen unteren Wimpernkranz habe ich dann natürlich das Blau verwendet, was sich hier in der Mitte von der Catrice Palette befindet, hat sich super schön auftragen lassen. Einmal kurz reingehen, auftragen und fertig ist die Laube. Bei der Essence Seite musste ich ein bisschen mehr aufbauen, um eben den Pop of Color aufzutragen, aber es hat auch ganz gut funktioniert. Letztendlich, man braucht jetzt nicht beide Paletten. Ich persönlich würde mich eher für die Catrice Palette entscheiden, wobei selbst die ist jetzt kein Must-Have und mir fehlt da auch ein Ton, um ein Inner Corner Highlight zu setzen. Wobei man da dann tatsächlich noch mit dem Setting Ton drüber gehen könnte, um das Ganze ein bisschen heller zu machen. Die Vintage Beach Palette ist wunderschön gestaltet, ich mag die Verpackung gerne. Sie ist handlich, sie ist, ne, schön, man kann damit schön arbeiten. Aber sie ist halt echt nicht kabuff kabam. Während ich mir jetzt gerade den Eyeliner gezogen habe, muss ich feststellen, dass ich auf keinen Seiten vorlaut habe und das finde ich schön. Ebenfalls in der Bronze Away 2 Limited Edition ist ein Setting Spray enthalten und das ist das Bronze Away 2 Fitchy Hydrating Fixing Spray. Da haben wir, glaube ich, einfach keine, ja, Pigmente oder so drin. Feuchtigkeitsspenden ist Fixierspray mit Kokosnusswasser für ein langanhaltendes Make-up. Schon ein recht aufdringlicher Sprühnebel. Oh, das riecht aber auch ein bisschen baumig. Während das Ganze jetzt so ein bisschen trocknet, habe ich hier noch die Produkte, die ich euch von Manhattan zeigen kann, die ich mir im Rossmann gekauft habe. Das ist einmal die Mascara Wonder Extension Lash Extension Effekt Mascara. Die hat einfach eine wunderschöne Verpackung. Oh mein Gott, das feiere ich. Ich mag dieses Regenbogenmuster. Hat ein Gummibürstchen, was spektakulär böse aussieht. Bin ich echt gespannt drauf, aber das wird dann halt auch demnächst mal in Anwendung kommen. Außerdem habe ich mir ein Blush geholt. Das ist dieser hier, Maxi Blush in der Farbe 100 Exposed. Ein Puder. Das ist einfach ein Soft Compact Powder. Ich weiß gar nicht, doch eins natürlich ist hier die Farbe. Die habe ich mir mitgenommen. Des Weiteren selbstverständlich ein Bronzer. Das ist der Natural Bronzer Ultra Feines Bronzing Powder in der Farbe 001 Sunlight. Einen Augenbrauenstift. Blondie Brow 93D. Das ist einfach einer zum Anspitzen. Die Lasting Perfection 25 Stunden Foundation. Keine Ahnung. Hydration Boost, hohe Deckkraft, angenehmes Tragefühl, Lichtschutzfaktor 20, Farbe 45 Fair Porcelain. Die fand ich doch mal sehr passend von der Farb. Ja, äh, Geschichte. Ein Concealer musst du mit. Das ist der Wake Up Concealer. Ich glaube, den hatte ich schon mal. 090 Porcelain ist hier die Farbe. Der ist so leicht peachy. Der ist nicht gelblich. Das ist eher so, ne? Ins Peachige, ins Kühle. Und last but not least habe ich mir auch ein Primer mitgenommen. Und zwar den Radiance Primer Illuminating All Day Radiant Looking Skin. Das ist dieser hier. Ich finde, die Verpackungen von Manhattan sehen einfach bei weitem nicht so ansprechend aus, wie sie sein könnten. Oder? Sehr schlicht. Ich habe auch in dem Revolution Paket noch eine Lidschattenpalette drin gehabt. Die habe ich jetzt hier auch noch original verschlossen. Die kann man auch hier, kannst du hier in diesem Video gewinnen. Die bleibt auch zu, denn ich habe sie tatsächlich auch schon da gehabt. Und ich habe sie aussortiert, weil ich sie zu neutral fand. Also muss ich wirklich sagen, das ist die Forever Flawless Allure Palette. Kommt in dieser Metallverpackung. Und das hier sind die Töne. Die gehen eher ins Wärmere, aber gleichzeitig auch ins Neutrale. Sehr alltagstauglich. Theoretisch wirklich schöne Töne. Aber die habe ich wirklich zuhauf schon da. Ich habe es auch in meinem Aussortiert Video gesagt. Und einen Tag, nachdem ich das Aussortiert Video gedreht habe, kam nämlich das Paket von Pure Rush bei mir an. Aber damit kann man schöne Alltagslooks schminken. Dann hatte ich auch noch in meinem Pure Rush Paket mit dabei die Lift & Define 5D Lash Extra Dimension Mascara von Revolution. Die schaut einmal so aus. Und heute möchte ich dann gerne die Lift & Define 5D Lash Extra Dimension Mascara antreten lassen. Gegen die Clinique Lash Power Mascara Long Wearing Formula. Das sind die beiden Schätzeleins. Beide Bürstchen sind Faserbürstchen, die relativ kegelförmig nach vorne zusammen gehen. Und sie sind beide recht schmal. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Beide Mascaren hauen mich jetzt nicht unbedingt vom Hocker, wenn ich ehrlich sein darf. Bei der Revolution Mascara habe ich zum Ende hin dann doch etwas mehr struggeln müssen. Und das ist relativ verklebt. Und die Clinique Mascara ist mir einfach zu wenig. Also sie macht Länge und sie macht es auch irgendwie nice, aber mir fehlt die Fülle, mir fehlt das Volumen, mir fehlt das Wawawwum, was ich immer so gerne mag. Und ja, ja, ich weiß nicht. Vielleicht müssen die sich auch erstmal eingrooven, aber also die Clinique Mascara ist sowieso schon mal für mich raus, weil sie einfach, da fehlt so einiges nach, in alle Richtungen würde ich mal so sagen. Und ja, die Revolution Mascara, ich glaube, ich gebe ihr nochmal die ein oder andere Chance. Doch, die kann vielleicht noch ein bisschen mehr was bringen, aber umhauen tun sie mich beide nicht wirklich. Zu guter Letzt habe ich noch ein Lippenprodukt, was auch in dem Revolution Purish Paket mit dabei war. Und zwar der Pout, Pout, nein, die Pout Bomb Plumping Lip Gloss mit Vitamin E. Und ich habe die Farbe Kiss. Das finde ich schön und das ist so ein ganz, ganz toller, gefälliger Ton. Den kannst du wirklich zu allem tragen, ne. Und ich mag die Revolution Lip Glosse. Die sind so ein bisschen wie Fenty halt auch, ne. Haben hier ein richtig fettes Applikatorfüßchen. Und die riechen auch gut. Die riecht jetzt so leicht nach Kaugummi, nach Minzkaugummi. Das ist einer, der auch ein bisschen kribbelt, ne. Das darf man nicht vernachlässigen. Ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn ich dieses frische Gefühl auf den Lippen drauf habe. Der ist ein bisschen, hm, weiß ich gar nicht. Also, man fühlt ihn auf den Lippen. Es kann sein, dass es Leute gibt, die das Gefühl nicht so gerne mögen. Es fühlt sich sehr cremig an. Als hätte ich mir eine ganz dicke Schicht von einem Lippenpflegestift einfach aufgegeben. So fühlt sich das gerade an. Einfach wie eine Cremenschicht. Mach der Fäden ein bisschen. Vielleicht habe ich auch zu viel Produkt aufgetragen. Ja, ich habe zu viel Produkt aufgetragen. Läuft bei mir. So, das ist jetzt tatsächlich mal mein experimentativer Haul gewesen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch das so gefällt. Oder ob ich einfach nur die Produkte in die Kamera zeigen soll. Ob ich nur einfach ein Schminkie machen soll oder so. Also, es war jetzt sehr, sehr viel Arbeit, denke ich mal. Denn noch habe ich mir die Arbeit ja nicht gemacht. Ich bin mal sehr gespannt, was die Schneide-Claudi dazu sagen wird. Aber, ja, ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Und ob ihr vielleicht auch schon Produkte davon ausprobiert habt. Ob ihr was davon ins Auge gefasst habt. Und ob ihr Bock auf das Full-Face Manhattan bzw. auf das Full-Face Maybelline habt. Ja, das war's. Schreibt mir gerne in die im Kommentar. Würde ich mich freuen. Und auch, wenn dir das Video gefallen hat und du mir ein Däumchen nach oben da lässt. Das würde mich auch mega freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.